Er hat über seinen schwachen Nacken gejammert. Ich hab ihm gesagt, er soll es Hit-Apps machen. Hey, 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 Meister. Wer bist du? Der neue Gärtner. Bitte, Vater. Hab sie erbarmen. Gott hat erbarmen. Ich nicht. Verdammt, wo bist du gewesen? Du hättest mir eine SMS schicken können. Machete schickt keine SMS. Aber Machete hat der Weißer. Steig ein. 70 Dollar für den Tag Gartenarbeit. 100 für Dachdecken. 120 für verstopfte Kloß. Und Abwasser. Hast du schon mal jemanden umgebracht? Sag mir, wo sind meine Frau und mein kleiner Engel? bei Gott. Vielen Dank.